Sie wagen sich in das Abenteuer Bachelor in Paradise. Ab dem 3. November mixt Paul Jahnke in der Datingshow den Singles wieder leckere Cocktails und spielt Amor. Doch wer ist dieses Jahr eigentlich am Start? Ladies first, sie suchen im Paradies nach ihrem Mr. Right. Franziska und Layla, die Bachelor-Beauties der vergangenen beiden Staffeln, probieren ihr Glück. Auch die TikTokerin, Michelle, packt ihre Koffer für die große Liebe. Die Bachelor-Ladies der vergangenen Staffel, Pamela, Rebecca und Tammy, wollen ebenfalls ihren Traummann finden. Und es kommt noch besser. Denn auch die Ex-Bachelorette Melissa sucht in der Kuppelshow nach den großen Gefühlen. Die Männer können sich ebenfalls sehen lassen. Die Bachelorette-Jungs von 2020 und 2021 Daniel und Benedikt nehmen teil. I Do One-Kandidat Steffen reist ebenfalls ins Paradies. Genauso wie Amir, der bisher nur im Schweizer TV auftritt. Für ordentlich Drama sorgt mit Sicherheit Adrian. Das gelingt ihm bereits in der diesjährigen Bachelorette-Staffel um Jennifer Saro. Bleibt nur abzuwarten, zwischen wem es am Ende unter den Palmen knistert. Also, wir lernen,미